Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Ikea mit Geschreibtisch aufbauen und somit natürlich auch mit den Schubladen montieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir das Ganze natürlich auspacken und ordentlich auf den Boden verteilen, dass wir auch einfach einen schönen Überblick haben. Und dann können wir auch schon unsere Schubladen zusammenschrauben. Hierfür beginne ich in meinem Fall mit der großen. Hierfür lege ich mir erst einmal das relativ lange Bauteil mit der Einkerbung nach oben hin und da müssen jetzt einfach mal zwei solche Schraubdübeln hier außen in die kleinen Löcher rein. Entweder wir machen das Ganze mit einem einfachen Schraubendreher oder wie in meinem Fall mit einem Akkuschrauber, den ich für den Möbelaufbau gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass die Schrauben einfach alle gleichmäßig stark angezogen sind. Danach können wir in die anderen beiden Löcher auch schon solche Holzdübel einmal reinklopfen. Ich verwende übrigens bewusst kein Holzleim, da ich meine Schubladen bzw. den Schreibtisch jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Und wenn du aber trotzdem hier Leim draufgeben willst, dann einfach einen kleinen Tropfen einmal auf jede Seite und wir können das Ganze auch schon ganz einfach hier hineingeben. Vom Geräusch her kennt man relativ gut, wann die Holzdübel ganz drin sind. Und nun benötigen wir noch zwei solche Möbelverbinder, die vorne auch einen kleinen Pfeil drauf haben und die müssen wir jetzt nämlich mal in unsere Seitenteile so hineingeben, dass der Pfeil auch Richtung unserer Bohröffnung hier außen für die Schrauben zeigt. Dasselbe Spiel mache ich natürlich beim zweiten Seitenteil auch und falls du das Ganze übrigens leicht verdreht hast, auch kein Problem, einfach einen passenden Schraubendreher zur Hand nehmen und wir können den Möbelverbinder auch schon richtig ausrichten. Im nächsten Schritt kann ich meine Seitenteile auch schon mal zur Hand nehmen, schaue, dass die Möbelverbinder nach außen zeigen und gebe das Ganze einfach mal hier hinein. Und damit diese Verbindung hier außen übrigens fester wird, einfach mit dem Schraubendreher jetzt den Möbelverbinder circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn fest drehen, so dass der Möbelverbinder auch ordentlich sitzt. Dasselbe Spiel können wir natürlich auf unserer anderen Seite auch machen, wieder reinstecken und den Möbelverbinder eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen. Im nächsten Schritt lege ich mir meine Schublade so hin, dass die Einkerbung nach oben zeigt und kann auch schon den Schubladenboden richtig rum aufsetzen. Hierbei darauf achten, dass natürlich die weiße Seite nach unten Richtung Schublade zeigt, das Ganze hier hinten sauber reingeben und danach kann ich auch schon die Rückseite von der Schublade nämlich anbringen. Dabei auch wieder darauf achten, dass diese Einkerbung auf jeden Fall nach oben zeigen muss und ich fädele das Ganze einfach mal jetzt hier außen ein und schaue natürlich, dass auch mein Schubladenboden in der Einkerbung richtig drinnen sitzt. Damit mir das Rückteil nicht auseinander geht, haben wir solche Plastikdübel, die kann ich einfach mal hier außen und natürlich auf der anderen Seite auch einsetzen und mal mit dem Hammer ordentlich festklopfen. Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere passenden Schienen einmal anbringen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass wir nicht diese dickeren hier vorne, sondern die dünneren benötigen. Dann geht es eigentlich nur darum, dass diese Rädchen einmal auf der Rückseite von der Schublade nach unten zeigen müssen. Das Gegenstück passt dann natürlich auch dementsprechend hier rein und wir können das Ganze auch schon mit jeweils zwei solchen kleinen stumpfen Schrauben hier außen festdrehen. Die große Schublade ist somit auch schon fertig zusammengebaut und das selbe Spiel mache ich jetzt natürlich mit der kleinen Schublade auch noch. Wenn auch die kleine Schublade passt, müssen wir uns mal entscheiden, ob wir unseren Schreibtisch jetzt eher so auf die linke Seite bzw. auch auf die rechte Seite haben möchten. Ich werde das Ganze mal nach dieser Anleitung hier machen und falls du es natürlich so haben willst, dann einfach mal ein bisschen hier reinschauen, denn da muss man nur ein paar Kleinigkeiten abändern. Zuerst mal bauen wir uns die Halterung zusammen, wo später die Kabel auch reinkommen. Dafür benötigen wir mal diese drei Bauteile und da können wir jetzt auch schon insgesamt vier solche Holzdübel in die Löcher hineinklopfen. Als nächstes stecken wir unsere Bauteile ganz einfach einmal zusammen und jetzt müssen wir eigentlich bei diesem kleinen Teil hier nur darauf achten, dass diese Holzdübel auch wirklich nach hinten zeigen, dass wir gleich beim Zusammenstecken dann auch erkennen können, dass dieses Bauteil einfach etwas übersteht, wo natürlich später die Kabel auch reingelegt werden können. Auch unsere acht Möbelverbinder können wir mal wieder in die großen Löcher schon richtig rum hineingeben und wir können auch schon diese zwei Seiten teilen mit den vielen Löchern einmal richtig vorbereiten. Wichtig ist, ich würde sie genauso hinlegen wie in meinem Fall, bedeutet einfach beim großen die vielen Löcher zu mir schauen und auch bei dem kleinen darauf achten, dass diese zwei großen Löcher zu mir her schauen, denn dann können wir mal diese sechs Löcher, die wir zueinander schauen, auf jeden Fall mit Schraubdübel versehen und auch hier unten haben wir noch jeweils ein Loch für die Schraubdübel. Auch die zwei Gegenstücke, unsere Schienen können wir jetzt mal richtig anbringen, hierbei darauf achten, dass auf jeden Fall die Rollen nach außen jeweils zeigen und vor allem auch nach unten und dann nehmen wir einfach mal diese zwei Löcher und auch diese zwei Löcher hierher, um das Ganze natürlich mit vier solchen kleinen stumpfen Schrauben wieder zu befestigen. Danach noch zwei Holzdübel einmal hinter diese einzelnen Schraubdübel hineingeben und wir können unsere zwei Seitenteile auch schon mal aufstellen, die Kabelhalter dazwischen geben und schauen, dass wir natürlich von außen das Ganze einmal schon festklopfen, natürlich nicht vergessen, danach alle acht Möbelverbinder hier innen drin festzuziehen. Auf der Rückseite von unserem großen Seitenteil können wir gleich weitermachen und zwei Schraubdübel einmal in diese zwei kleinen Löcher hier unten reinbringen. Zwei Holztübel in diese zwei unteren Löcher reinklopfen und wieder das Gegenstück von unserer Schiene mit zwei solchen Schrauben hier festschrauben, sodass die Rolle wie bei den anderen Schienenteilen natürlich auch nach unten zeigt. Im nächsten Schritt bereiten wir mal noch das letzte große Seitenteil vor, hierbei darauf achten, dass diese großen Löcher jetzt mal meine Richtung zeigen und dann können wir auch hier nämlich wieder die Schiene richtig rum mit der Rolle nach unten anbringen. Auch unten wieder zwei Schraubdübel reindrehen, hier oben zwei Holzdübel reinklopfen und wir können auch schon zweimal so ein Scharnierteil hier anbringen. Da muss man eigentlich nur auf dem Pfeil außen achten, der muss auf jeden Fall zu unserer äußeren Kante zeigen und wir verwenden zum Festmachen auf jeden Fall das Loch mit der Markierung A und solche relativ langen, stumpfen Schrauben. Die richtige Seite zum Befesten ist auf jeden Fall diese hier und wir verwenden die zwei untersten und die zwei obersten kleinen Löcher. Da man das Scharnier auch noch hin und her bewegen kann, schaue ich einfach, dass ich es relativ mittig einmal ausrichte. Als nächstes benötigen wir vier solche relativ großen Möbelverbinder und die kann ich jetzt halt hier in meinen Boden hineingeben. Nun verbinden wir mal unsere zwei großen Seitenteile noch miteinander. Hierfür benötigen wir auf jeden Fall den Boden, da muss das weiße Teil unbedingt nach oben schauen und wir geben das Ganze einfach mal hier unten schon hinein und da oben benötigen wir noch das relativ kleine Bauteil. Wichtig ist eigentlich nur, dass die eine Seite, die wo weiß gefärbt ist, auch nach unten zeigt, da wir die später einfach sehen können. Deswegen das Ganze einfach mal bei unseren zwei Holztübel hier außen auch hineingeben. Danach drehe ich jetzt mal vorsichtig rum, dass natürlich nicht alles rausfliegt und muss einfach schauen, dass hier unten mal diese Verbindung natürlich auch dementsprechend richtig hineingeht. Das schaut schon relativ gut aus und hier hinten muss ich natürlich auch schauen, dass meine Holztübel auch richtig hineinpassen. Danach unbedingt noch wieder unsere Möbelverbinder hier unten festdrehen. Auf der Unterseite können wir gleich mal unseren Schreibtischfuß mit drei so relativ langen Schrauben befestigen und entweder du verwendest das von Ikea mitgelieferte Werkzeug, einfach den Inbusschlüssel hier oben reingeben, etwas nach unten drücken und du hast auch schon eine saubere Verlängerung oder du verwendest natürlich wie ich wieder einen passenden Bit. Danach noch zwei solche Filzleiter mal auf die Unterseite von unserem Fuß kleben, dass da natürlich keine Kratzer am Boden entstehen können. Und auf der anderen Seite können wir noch insgesamt vier solche Plastikfüße einmal in die entsprechenden Bohrungen hineinklopfen. Die Unterseite passt, weswegen wir mal insgesamt sechs solche langen Möbelverbinder wieder in unsere Oberseite hier hineingeben können. Und danach die obere Platte auch schon richtig vorbereiten. Hierfür schaut das große Loch in meine Richtung. Und ich muss jetzt insgesamt sechs Schraubdübel einmal hier außen in die Löcher hineinbringen und auch sechs solche Holzdübel. Die Kabeldurchführung kann ich auch schon mit gutem Gewissen einmal von oben hier hineinstecken und danach kann ich die Platte von oben auch schon einmal auf das Untergestell draufgeben und schaue jetzt natürlich, dass überall meine Schrauben richtig reingehen. Das große Loch für die Kabeldurchführung ist übrigens hier hinten. Danach noch unsere sechs Möbelverbinder festdrehen und wir können unsere Schubladen auch schon richtig einsetzen. Hierfür diese einfach mal etwas schief halten und schauen, dass die Rolle von unserer Schublade über die Rolle von dem Schreibtisch drüber geht und das Ganze lässt sich auch schon ganz einfach reinfahren. Das selbe Spiel machen wir bei unserer großen Schublade natürlich auch wieder und wir können auch schon unsere Scharniere mal richtig rum wieder mit zwei solchen stumpfen Schrauben ordentlich an der Schranktür festdrehen. Danach die Scharniere bei den zwei langen Schrauben einmal vorsichtig einhaken und dann die Schranktür auch schon ganz nach hinten drücken und wir können diese zwei Schrauben nämlich auch schon festdrehen. Zum Einstellen der Tür haben wir drei Möglichkeiten an unserem Scharnieren. Wir sollten darauf achten, dass natürlich das obere Scharnier ungefähr gleich eingestellt ist wie auch das untere Scharnier. Möchten wir zum Beispiel, dass die Tür etwas weiter drinnen bzw. draußen ist, dann ist einfach diese relativ große Schraube in der Mitte dafür zuständig. Die können wir ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann natürlich die Schranktür entweder weiter raus bzw. auch wieder weiter rein bewegen. Danach natürlich alles wieder festdrehen. Möchten wir unsere Schranktür jetzt von der Höhe her etwas verstärken, also etwas tiefer bzw. höher, wenn sie am Boden schleift, dann müssen diese zwei Befestigungsschrauben hier mal etwas gelockert werden und wir können auch schon das Scharnier etwas weiter nach oben bzw. nach unten bewegen. Und die dritte Möglichkeit ist noch, wenn wir unser Scharnier bzw. die Tür etwas weiter von der Seitenwand wegbekommen möchten. Dann am besten auch wieder diese relativ große Schraube etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen, die Schranktür festhalten und mit dieser kleinen Einstellschraube hier können wir das Ganze auch schon bewegen. Bedeutet, ich drehe das Ganze mal im Uhrzeigersinn und somit löst sich bzw. drückt sich jetzt die Schranktür auch von der Seitenwand schon etwas weiter weg. Und wenn ich natürlich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn löse, dann geht das Scharnier auch wieder Richtung meinem Seitenteil. Wichtig ist, danach sollten wir natürlich jedes Mal wieder diese Verstellschraube hier im Uhrzeigersinn ordentlich festdrehen. Wenn die Tür richtig eingestellt ist, können wir auch mal unsere Böden hineingeben. Hierfür benötigen wir diese Pins und ich mache das immer am leichtesten, indem ich einen Meterstab mir hinhalte und schaue einfach, dass ich jetzt bei 20 cm das Loch jeweils einen so einen Pin reinmache und auch bei 40 cm. Gerne auch einen Hammer verwenden, wenn die Pins nicht so leicht hineingehen und danach können wir auch schon die Böden richtig rum reinlegen. Wichtig ist eigentlich nur, dass diese Einkerbungen nach unten zeigen und wir sollten es immer relativ schief erst einmal zu unseren Scharnieren rüberhalten und danach ganz einfach runterblumpsen lassen. Dasselbe Spiel können wir natürlich auf der anderen Seite dann genauso machen. Zum Schluss sollten wir auf jeden Fall noch diese zwei kleinen Plastikdämpfer mal bei unseren Böden relativ weit außen anbringen. Hat einfach den Sinn, dass natürlich danach dann auch die Schranktür deutlich leiser zufällt. Und für die Optik haben wir noch vier solche weißen Aufkleber, die wir ganz einfach hier außen mal über die Löcher drüber kleben können, die wir einfach nicht benötigen und das natürlich dann optisch auch nicht stört. Und somit haben wir dann nämlich auch schon unseren Ikea-Micke-Schreibtisch richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Akkuschrauber hier, einen Ikea-Micke-Schreibtisch oder natürlich auch passende Organiser für die Schubladen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. bis zum nächsten Mal bei der Videobeschreibung! Vielen Dank.